Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit dem Digi-Segmenture-Event, das Buch von Ra Amun. Ja, dann kann ich es hier ja machen, ok. So. So. Ok. Nein, da war ja noch einmal. Ok, so. Noch, ich hieb mal einfach mal runter. Also. Na, wo ist er da rum? Dankeschön. Moment. So. So. Ähm, ach so, da war auch noch einer. Ok. Ok. Jetzt gehen wir erst hier. Oh, shit. Auch hier so. Und jetzt kommen wir da rum. Ok. So. Ok. Ok. Das ist ein Foto. Ok. Ok. Jut. 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 Ach so, äh, ok. Das war nur dafür da, um den aufzuhalten. Jut. Jut. Kommt aus dem da durch. Jut. Jut. Ja. Ja gut. also der heimgang gab es keinen jetzt geht es hier weiter ach der lässt mich da noch gar nicht rein ja war klar ok so weiter geht's um da fehlt noch eine ganze ecke gut gut da komme ich nicht durch da komme ich später erst hin gut ok ja 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 ich selbst management ja da komme ich durch da kommen hier komme ich nicht durch gut 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 Jut, da war ich gerade drin, ne? Ja, da unten war nichts. Gut, so, dann geht es jetzt da weiter. Jetzt gerade gucken oder auch krumm. Der Gitar um, der Gitar um, da ist eigentlich Korpel gesprungen, ne? Jut. So. Ach, der lässt mich da nicht dran, gut. Na. Nach Noten können wir die Mut der Toten zerstören, ja. Na, gehen wir hoch. Da geht's. Runter. So. Da weiter. Okay. Foto? Nee, bevor ich da... Ja, ich sehe gerade. Das war ja dieses Headhouse. Gut. Einmal. Mhm. Vergleiche viel machen wir nochmal hier. So. Na. So. Und dann schicken wir den Regen mal wieder auf die Seite da, damit die in den Füßen steht. Ähm. So. So. Und so. Ähm. Kann man den Regen da rüber ziehen. So. Okay. Gut. So. Was steht da? Ja. Nachdem die Ägypter in ihren Gräbern bestattet wurden, brachten sie ihre Feinde und Freunde... Brachten ihnen ihre Familie und Freunde Essen für das Leben im Jenseits. So. Jetzt geht es halt da weiter. Die Steine waren nur zum Nerven da, ne? Ja. Ja. Wahrscheinlich. So. Ähm. Okay. So. Das geht. Jetzt lassen die mich da wieder nicht dran. Jetzt. Ne. Lass mich da noch nicht durch. Aber da komme ich durch. Okay. Jetzt. Okay. So. So. hier noch ein bisschen aufräumen jetzt dürfte ich nur noch einen haben dafür noch ein paar mehr dann bedanke ich mich für euch fürs zusehen lasst mir ein like und ein abo da folgt mir auf meinen kanälen auf youtube auf twitter und auf kick bis zur nächsten folge und tschüss sagt der toto